so frisch und fröhlich am nächsten tag werden mal ein blick in unseren ofen ein bisschen stein muss sein die kohle habe ich hier direkt mit rein fichten holz ja wir müssen uns jetzt wohl oder übel wir haben wir haben deswegen müssen wir uns jetzt zumindest schon mal anfangen ein verstecktes skelett und eine wasserspinne okay das ist nur ein partikel ich dachte na egal so wir müssen uns hier um unseren unser wohl und unseren fortbestand kümmern dazu warum ist da auf einmal ein schwein drin ich meine eins hatten wir ja schon ja und hier ist schwein nummer zwei jetzt will ich auch mal ganz kurz gucken ob unser groben schweinchen auch noch da ist wir haben zwei groben schweine okay die können wir noch nicht sich noch nicht vermehren lassen ja ich habe auch kein weizen mehr um jetzt unsere kühe hier noch ein bisschen weiter anzusporn ja das bedeutet das ist das erste was wir jetzt wiederum machen müssen allerdings versuche ich das dann jetzt einigermaßen schönzug hinzukriegen vorher bevor ich gleich am hungertuch nagel wollte ich jetzt eigentlich das vollkommen anderes machen moment jetzt mal eine eisenhacke zack ja und ich sehe das haus wird nicht fertig die viecher sind noch da wir müssten in die mine uns geht das essen aus ist ein trauerspiel so jetzt mache ich mir mal ganz schnelle gedanken über unsere beete ich finde ja immer ganz gut wenn man eigentlich genau das was wir hier auch haben dann hat hier so diese stufen nach oben also mehrere ebenen da finde ich also ich finde es ja das sind mir hier ein paar ebenen zu viel oh gott was habe ich getan ja man kann so ein ding hier auch nicht zu machen ich meine eigentlich ist das ja auch ganz gut weil wir haben hier definitiv lava ich könnte auch einfach nach unten in eine wassergrube springen auch da könnten wir viel ressourcen rausholen dann haben wir hier so kleinen tümpel ja ich glaube ich glaube hier sind wir eigentlich gar nicht mal so falsch ich will jetzt keine stallung bauen sondern als erstes will ich bauen ein kleines beet ein feld zum ernten das mache ich für gewöhnlich eigentlich anders also hier ist das bestmögliche mit dem was ich habe noch rauszuholen so mit gewöhnlich setze ich dann hier so ein holz noch mal so ein holz vielleicht auch mal zwei hölzer gehe ich hier so ein bisschen rüber jetzt überflüssig nehmen wir mal den hier reicht das finde ich okay eigentlich blödsinn hätte auch gereicht wenn ihr so macht so muss ich hier noch ein bisschen dreck wegnehmen ähm ich werde jetzt felder bauen auf mehreren ebenen und normalerweise hätte ich die 1 2 3 doch 1 2 3 4 5 6 7 müssten die eigentlich breit sein irgendwas ist ja immer irgendwie ne ja keiner weiß warum ich die dinger hier wegnehmen wenn ich doch einfach den stein da oben draufsetzen kann ja ich bin jetzt gerade am überlegen wie war das nochmal wie mache ich das nochmal und auf einmal fängt man an irgendeinen blödsinn zu machen und macht alles im endeffekt dreimal hallo schweinern ja dann kommt es mir ok auf einmal habe ich drei schweine da drin wüsste ich gar nicht ob man die auch so oder im moment ist es vielleicht das hier dass die von oben ja das wird es gewesen sein so sind wahrscheinlich die schweine da reingekommen ja die werden sich da irgendwie über den zaun katapultiert haben äh na egal so lange rede größer sind hier ein bisschen schmutz hin zack 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 ich umrahmen die dinger hierfür gewöhnlich nachher mit stein in dem fall mache ich es mal so fort ja genau für solche vorhaben ist es dann nicht ganz uninteressant was man nachher eventuell wirklich ein bisschen dreck übrig hat so das funktioniert ja nicht einfach so hier kommt nachher auch gleich dreck rein dreiner links dreiner rechts eigentlich müssten wir hier jetzt wasser haben ich werde einfach mal gucken es ist das erste Beet ich kann es ja noch optimieren okay zurück in den keller um dreck zu holen komisch also irgendwie renne ich auf einmal nicht mehr ja genau das hier ist dann auch das was ich meinte ne so ein Gebäude draußen wussten wir vielleicht praktischer als hier wiederum der keller naja aber irgendwas ist ja immer so schmutz haben wir genug ja aber wir haben auch ein bisschen Ruldampf ne Moment ich will mal eben was testen äh stein ja wunderbar wunderschön ach guck mal ich kann die kartoffeln hier die können gekocht werden oder gegrillt eine Grillkartoffel jetzt kommt wahrscheinlich eine gekochte Kartoffel Kartoffeln okay stimmt wunderschön okay wir brauchen ein wenig Proviant deswegen das schon mal sehr gut zu wissen allerdings will ich jetzt auch nicht alle Kartoffeln hier einfach drin lassen ja da ihr wisst die Kartoffeln brauchen wir auch um so wieder einzupflanzen um neue Kartoffeln zu bekommen und das ist ein langer langer Prozess so Kartoffeln allerdings werde ich die Kartoffeln direkt mitnehmen so mach ich jetzt so Moment stopp Halt das sollte ich auch noch eigentlich mitnehmen was geht das Gemische los Rotebeete Samen Pilze ja okay ich werde mir jetzt erstmal hier so eine leckere Ofenkartoffel wegessen okay die stellt nicht besonders viel wieder her aber ausreichend mach und satt so die Energie sollte sich jetzt auch wieder auffüllen eigentlich war ich nur hier um Dreck zu holen ich glaube ich habe schon wieder was falsch gemacht aber naja sehe ich ja gleich sehe ich ja gleich wir haben ja Zeit niemand hetzt uns niemand drängt uns die Wege dass man das dann hier nachher schön umlaufen und umrunden kann wird auch noch kommen keine Panik und was ich gerade überlegt hatte da ging es um das Abernten also dass man dann hier auch naja reinlatschen kann ohne dass man die Ernte sofort kaputt macht oh da geht die Sonne unter so Druckstein umrandung klok 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 so dann brauchen wir hier in der Mitte ein Wasser ja komm das erste Ding wird jetzt nicht sonderlich schön naja aber es muss da sein da werde ich da schon wieder so eine Spinne irgendwo rum galoppieren aber ja das wird auch schon wieder verzählt ach ich weiß nicht heute ist nicht mein Tag Bruchstein 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 das ist nur für die Optik wie gesagt da werden wir dann naja den Garten Landschaftsbau immer mal wieder naja dass man da den Stein sieht dass man das alles gut begehen kann dass man auf alle Felder drauf kommt na gut so jetzt brauchen wir gleich unsere Hacke und ein bisschen Wasser so das werde ich jetzt noch fertig machen ohne schlafen zu gehen allerdings auch um Wasser zu kriegen brauchen wir wiederum den Eimer alles klar da haben wir auch schon zwei Eimer so die müssen wir uns jetzt auch mal an unserem See voll machen und hoffen dass wir oh oh ich will nicht angegriffen werden ja aber die Sache ist ja auch die wie mit dem Knochenmehl wenn man ja wenn man Knochen haben will ja dann muss man auch mal abends unterwegs sein und diese Dinger jagen das sollte man allerdings nur mit geeigneter Ausrüstung tun so ein bisschen Wasser und noch ein bisschen mehr Wasser ich weiß bei diesen Feldern jetzt auch tatsächlich und ehrlich gesagt gar nicht normalerweise hätte ich jetzt hier gerne links und rechts anstatt Erde wie gesagt Stein damit man hier dann so drüber gehen kann alles abernten kann aber ich weiß nicht ob das Wasser im Prinzip dann ausreicht oder durchdringend super warum renne ich eigentlich zum hallo Zom-Mädel halberner Auto-Creeper na bin ich doch hier ein Riesen ja den setze ich einfach mal so in die Mitte ja ihr wisst ja vier mal vier wie meine ich zumindest vier mal vier war ja und wir haben eine unendliche Wasserquelle das sollte jetzt aber auch erstmal reichen so härken wir hier mal eben schnell alles schön ja man kann die Felder auch anders anlegen man kann die Größe anlegen nur für den Anfang jetzt dieses mitten in die Pampa gebastelte was ich als erstes gemacht habe ja okay die Ausbeute die war absolut in Ordnung ja sah halt nicht schön aus so und jetzt habe ich das hier da hin gebastelt oder an eine Ecke hin gebastelt wo ich sage ja okay da ist schön da ist in Ordnung man kann es weiter ausbauen weiter nach oben nach links nach rechts alle möglichen unterschiedlichen Beete ja so wie ihr jetzt hier seht jetzt wird hier Weizen ne und auch wirklich ausschließlich Weizen angepflanzt so dann machen wir das nächste Beet vielleicht auch eine andere Form wobei ich ja immer auf dieses ne sechs Brei sechs langen oder drei wie auch immer aber wir können ja ein bisschen variieren womit ein bisschen Style in die Umgebung kommt so hier sind wir jetzt erstmal mit Weizen beschäftigt da muss man sich Gedanken machen Stufen werde ich dann hier durchziehen kleine Wege werde ich hier durchziehen schon mal ein bisschen mehr Platz machen dafür so und hier wiederum kann ich mir auch viel Arbeit ersparen weil hier ist der Dreck ja schon da na ich will es nur auf unterschiedlichen Ebenen haben und Begeber so und jetzt muss erstmal noch dieses Skelett da unten dran glauben ok ein Treffer haben ja so was ich machen wollte war dann auch sofort mal ein wenig Knochenmiel so das ist nicht wenig aber auch nicht so viel wie ich gerne hätte es ist nachts es ist gefährlich ich wollte das Ganze nur ein bisschen zum Wachsen anregen so das soll für den Anfang ausreichen so jetzt wird auch langsam Zeit wieder für eine Aufnahmepause auf jeden Fall nur damit ihr schon mal Bescheid wisst Lagerhaus wird noch ein bisschen gebastelt unser Keller damit unser Haus irgendwann auch fertig wird es werden definitiv noch mehr Häuser folgen für die unterschiedlichsten Dinge weitere größere Stallungen die ein bisschen produktiver sind auf wirkliche Farmen zu quasi Tiervernichtung um an die Ressourcen zu kommen werde ich wohl erst einmal verzichten ja und als nächstes ist nicht ganz unwichtig ja eventuell ein bisschen mehr von diesen hier erst einmal Ressourcen wir brauchen noch ein bisschen Nahrung und müssen zusehen dass alles das was wir schon haben Kartoffeln und so weiter dass wir das hier zum Wachsen bringen ja und dann schauen wir mal erstmal zurück in unsere Hütte in unsere etwas größere Hütte hier sehe ich das noch ein bisschen an was an Außenverzierung ich höre mir ganz so Stein ach mein Gott so viel zu tun Leute packen wir es an so aber jetzt haben wir uns erstmal nach mehreren Tagen durchgehende Arbeit und das Zuckerrohr ist langsam auf auf der richtigen Höhe ok jetzt erst einmal hinlegen schlafen und dann geht es bald weiter bis dann ich kann nicht schlafen das ist ein Monster in der Nähe ich glaube auch schön dass er mir entgegen gekommen ist nächster Versuch bis dann euer Korgen bis dann 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 Vielen Dank.